2022 mein privater italienischer garten gute auflösung guten morgen allerseits gott segne uns heute ich wollte diesen film meines gartens in diesem jahr dem 26 mai 2022 drehen niemals sich selbst aufzugeben weil gott denen die an gott glauben durch jesus immer eine chance gibt und dies ist ein großes wunder dass gott denen tut die wirklich seinem wort zu seiner ehre und der ehre seines sohnes jesus christus folgen worum ich ihn bitte ihr niemals auf zu geben wenn ihr etwas habt kniet nieder und betet zu jesus indem ihr alles jesus zu füßen legt und jesus wird alles zu unserem himmlischen vater gott bringen liebe und damit möchte ich dem herrn danken für das was er in diesen langen jahren unseres lebens getan hat und in unser haus kommst du nach dem gebet vater heiliger gott der liebe im namen deines sohnes jesus christus heute wollen wir kommen dir durch deinen sohn jesus christus zu seinen füßen mit so viel ehre und herrlichkeit und und majestät für alles was du getan hast und was du in diesen tagen tun wirst durch alles was du dir wünschen wirst danke vater danke für diesen neuen tag danke für die liebe danke für ihre gesundheit und danke für den wohlstand den sie mir meinem zuhause meine familie und der ganzen welt geben werden herr mit freude und liebe lege ich alles in die hände deines sohnes jesus christus in dem wissen und der gewissheit dass jesus heute sofort alles zu ihnen transportieren wird danke vater im namen von christus jesus dass sie ihn im ewigen armen gesegnet haben alle gärten einer nach dem anderen diese gärten sind ein wunderbares tal sie sehen es gibt rein von erbsen rein von x sellerie verstreute kirschbäume die viele obstbäume tragen die blaumenbirnen äpfel dies und die berühmte hütte die so oft die anderen hütten präsentierte kinderspiel hier sind auch die anderen gärten ich zeige dir andere hütten denn ein kirschbaum seht ihr der herr hat mir all diese eigenschaften gegeben ein kleines kind aber er trägt auch früchte alle zur ehre gottes das sind äpfel birnen und eine kichererbsenkette an diesem großen und großen walnussbaum sehen sie wie groß und etwa 25 h oder 30 meter hoch maximal gibt es walnüsse die für alle kostenlos sind und sie werden auch einige finden für die sie diese gepflanzten städtchen sehen und unterzeichnen dass sie gesät sind mit erbsen saubohnen cicerielaktuche kohl spar arzelloprosile zieht zarche und sie sollten in ein paar tagen herauskommen maximal in der woche es wird die neue produktion geben so gott will weil es geregnet hat jetzt hatten wir eine große dürre jetzt haben wir diese möglichkeit gegeben dass der regen diese woche und dazwischen geregnet hat jeder stock der dort hingelegt und gesät wird sie sehen all diese stöcke sie sehen all die gesäten löcher dass etwas herauskommen wird so gott will auch hier haben wir diese woche eine buche herausgebracht dies ist ein feigenbaum und eine schwarze feige sogar so klein aber in den kommenden jahren werden sie tragen frucht so gott will hier und alles gesät sie sehen all diese stöcke die diese woche herauskommen sollen um zu regnen und den von gott gesegneten regen fallen zu lassen der ein olivenbaum ist ich habe auch olivenbaum und kleine hier stehen die saubohnen hier stehen die saubohnen schon gegenüber und bald werde ich auch die saubohnen essen das sind das sind dieser pflaumenbaum und birnenbaum ich zeige es ihnen näher das sind mit birnen birnenbaum sie sehen dass die welle in perfekter reife ist und es gibt andere bäume andere gärten dort dort zeige ich pflaumenbaum zwiebeln karotten diese blumen karotten wie viele blumen siehst du wie viele zwiebeln kartoffeln diese grüne fläche tomaten 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 was ich dir zeige siehst du ich gebe sie allen als geschenk ich entkorke eine ich zeige wurzeln aller qualitäten beim reifen hier sehen sie wie groß es verschiedene arten von qualität gibt rund lang weiß rote wurzeln die weiße wie sie mit größerer liebe wachsen wofür ich gott bitte dass sie hinaus gehen und diesen weißen feigenbaum saubohnen verschiedene farben feigen albarello einen kirschbaum sehen dass sogar die früchte dieses jahr alle bäume wellen gebracht haben die ich vor einigen jahren gepflanzt habe zeige ich euch mit näherem perfekten und gelben pflaumenbaum und auch früchten das ist pflaume sweet weiß sie sind alle in produktion bohnen alles zur ehre gottes dass es salate gibt kartoffeln viele werden leider verloren gehen ich habe eine flut eine flut einfach überall das sind alle gleich in diesem bereich ich werde den wurzel sam machen den sie tun können aber wenn sie in der nachbarschaft sind kommen sie näher ich kann ihn kostenlos anbieten hier ist auch was zu langen kokuzer um die nudeln zu machen die sie die nudeln im eintopf machen hier hier sind diese alle seminato wo all diese städtchen saubohnen erbsen alle cisserie heraus kommen müssen alle gesät kommen sie nächste woche raus weil es geregnet hat cisserie möhren diese nach kupferkutzer kirche zucchini saubohnen 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 tomaten 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 zwiebel saubohnen 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 bohnen bohnen auch hier wo wir im schatten sitzen wenn es heiß ist bohnen zwiebeln quellen die langen bohnen dicke bohnen dicke bohnen lang toller vater vater danke dazu auch der wilde fenchel fast reife ackerbohnen saubohnen saubohnen hier habe ich wilden fenchel dicke bohnen hier ich habe dicke bohnen dicke bohnen dicke bohnen lat tuche kartoffeln dicke bohnen dicke bohnen dicke bohnen origino sogar origino ich vermisse nichts weil ich zum herrn bete was ich brauche und er mir alles gibt er gibt mir meine kraft hier dort bohnen saubohnen baum die kutonio dieser baum von kutonio wenn du marmelade machen musst ich benutze keine marmelade ich gebe sie jedem du kannst hierher kommen um im september marmelade zu machen das ist pflaumen baum krande kupfer kutzer zucchini baum von bruno kutzer zucchini x sellerie petrosino das sind äpfel apfel baum sie werden rot danke herr er segnet uns siehst du auch den kleinen als last und sehr beladen mit äpfeln herrlichkeit gottes saubohnen saubohnen bohnen diese große baum ist ein pflaumen baum den september solange du siehst kannst du kommen und essen du kannst kommen ich gebe sie dir umsonst gott gibt sie mehr und ich gebe sie jesus die ehre das halblicht wenn die sonne stark ist dieser baum schützt uns vor der sonne dies und schick um die eingeweide gut und zauber zu halten das sind lange kokosa diese sechse sind die melonen dann werde ich sie essen petrosino und chili saubohnen buche lange buche saubohnen chicory große kirschbaum sehen sie wie groß große pfirsich baum chicory saubohnen kirschen kartoffeln reifen kinder spiel dies sind die pfirsiche die sie sehen und dieses jahr habe ich versprochen uns jede woche mit dem richtigen insektizid für alle insekten zu waschen jede woche scheinen sie perfekt zu reifen in der hoffnung dass niemand sie stört oder so dieser baum und äpfel hier ein pflaumenbaum pflaumen baum hier das sammeln von ehre sei dem herrn alleluia her der zum sturm stürmte ehre dem herrn alleluia garten tomaten birnen baum der herr segnet uns ehre dem vater saubohnen zucchini saubohnen feigenbaum siehe schwarze feige und feigen früchte schon tomate tomaten tomaten kartoffeln walnüsse fenstel sogar petersilie hier wie viele schöne bäume der herr uns dieses jahr gesegnet hat wird die dürre sein die dürre war vielleicht und dass die bäume leiden wenn es zu viel wasser gibt dass sie zu viel regnen sie werden sowieso krank wir können nichts sagen weil es während der dürre schlimm ist und viel regen und auch schlimm aber dass der herr wird uns in den kommenden jahren sicherlich noch besser segnen dies sind kirchen der herrlichkeit gottes ich schütze es in diesen tagen vor der hitze tomate 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 zucchini die lange kartoffel zwiebel kommt kartoffeln karotten und kartoffeln tomaten tomate saubohnen tomaten pflaumenbaum september als geladener rumgottes morgen oder sonntag muss ich waschen überall wusch ich jede woche alle gärten hier ist dieser pflaumenbaum auch hier ist eine diese feige die schwarze pflaumenbaum 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 geladen und große kirchen äpfel kinderspiel kinderspiel das sind wunderbare birnen und sie reifen alle so toll und wenn es welche gibt kann ich mich sättigen alle ehre geht an gott und jesus dorn pflaumen pflaumenbaum diese baum und pflaumen baum und pflaumen baum und pflaumen schau dir das an geladen ich habe auch trauben kirchen saubohnen diese äpfel schöne herrlichkeit gottes brokkoli saubohnen saubohnen tomaten tomaten ich halte den salbei plus lange zucchini zu ruhm und ehre zum herr zum herr jesus jesus ich möchte ihnen danken und sie mehr segnen ich möchte sie für alle segnen was du heute noch für uns alle getan hast segne die ganze menschheit vater lass jeden kranken geheilt werden lass jeden kranken die kraft finden von dir unterstützt zu werden vater vater danke nochmals vater dass du all jene die im koma liegen aufwecken kannst und ihnen die möglichkeit gibst zu heilen und dennoch voller lebenskraft zu sein danke vater für das was du tust bist wir danken dir vater im namen von christus jesus dass du ewig gesegnet hast was der herr seinen kindern gegeben hat wer zu gott betet gibt ihm die möglichkeit in der gnade seines sohnes jesus christus geheiligt und in seiner gnade getragen zu werden es ist mir eine große freude ihnen heute zu sagen knien sie in der gegenwart seines sohnes jesus denn sie können alles nutzen was der herr ihnen jetzt geben wird ich setze mich hin und möchte ihnen einige globale informationen geben die ihnen helfen könnten ich habe eine website und die heißt und ist berühmt heißt www gesullalozetelmundoit in dem sie diese seite eingeben sie werden all das material finden das sie brauchen das sie brauchen um sich zu christus jesus zu entwickeln um zu heilen um geheilt zu werden nicht weil diese seite mehr gehört sondern sondern weil sie vom geist gottes und jesu geleitet wird ich bin so sehr ein instrument in den händen gottes und jesu damit es mich zum diener des ewigen ernannt hat wunderbar ich bin stolz darauf ein diener des ewigen zu sein ich sende weitere informationen indem sie meine website betreten sie finden im ersten link das foto eines gif das öffnet viele fotos der chiropraktik reinheim darmstadt unter denen ich persönlich diesen link leite und es gibt digitale chiropraktik muskulare und geistige entspannung druck auch von zervikale arthrose bandscheiben vorfall und jeglicher art die die ein mann in schwierigkeiten im körper und im psychologischen und spirituellen christlichen geist alles und kostenlos kann mich anrufen oder mir schreiben was kann ich einen termin vereinbaren auch wenn er aus der ferne kommen kann und ich ihm helfen werde des herrn ihm einige therapien zu geben die er braucht und ich sage dass es vom allerersten beginn der therapie an eine globale verbesserung gibt es gibt bereits einen beginnenden nutzen und wenn sie fortfahren werden sie gesundheit finden ich habe einige videos auf die seite gestellt um dann verstehen zu können was ich versuche in ihr gehirn und ihren verstand und in ihr extra wesen einzufügen eine weitere information all dies was ich ihnen erzähle ist alles kostenlos ein ein angebot ist nur am ende jeder sitzung des jeweiligen vorteils erforderlich hilfe vom herrn um ihm einige therapien zu geben die er braucht und ich sage dass es bereits vom ersten beginn der therapie an eine globale verbesserung gibt es gibt bereits einen anfang des nutzens und wenn sie weitermachen werden sie gesundheit finden ich habe einige videos auf die seite gestellt um dann verstehen zu können was ich versuche in ihr gehirn und ihren verstand und in ihr extra wesen einzufügen eine weitere information all dies was ich ihnen erzähle ist alles kostenlos ein angebot ein ist nur am ende jeder sitzung des jeweiligen vorteils erforderlich hilfe vom herrn ich um ihm einige therapien zu geben die er braucht und ich sage das es bereits vom ersten beginn der therapie an globale verbesserung gibt es gibt bereits einen Anfang des Nutzens und wenn Sie weitermachen, werden Sie Gesundheit finden. Ich habe einige Videos auf die Seite gestellt, um dann verstehen zu können, was ich versuche in Ihr Gehirn und Ihren Verstand und in Ihr Extrawesen einzufügen. Eine weitere Information, all dies, was ich Ihnen erzähle, ist alles kostenlos. Ein Angebot ist nur am Ende jeder Sitzung des jeweiligen Vorteils erforderlich. Ich habe einige Videos auf die Seite gestellt, um dann verstehen zu können, was ich versuche in Ihr Gehirn und Ihren Verstand und in Ihr Extrawesen einzufügen. Eine weitere Information, all dies, was ich Ihnen erzähle, ist alles kostenlos. Ein Angebot ist nur am Ende jeder Sitzung des jeweiligen Vorteils erforderlich. Ich habe einige Videos auf die Seite gestellt, um dann verstehen zu können, was ich versuche, in Ihr Gehirn und Ihren Verstand und in Ihr Extrawesen einzufügen. Ein Angebot ist nur am Ende jeder Sitzung des jeweiligen Vorteils erforderlich. Klizze Cemi, ich werde dir zeigen. www.gesullalozettelmundo.it Deine 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 De werden wenn sie sich geheilt fühlen unterstützt durch den geist gottes von allem was sie schmecken fühlen sie sich frei ein angebot zu bieten willkommen bei gott ce klingt alles ist kostenlos amen http www.gesullalocetelmundo.it und sie werden ihre antworten auf alles finden denn jesus wird für immer an ihrer seite sein spende für den neubau der christian medical klinice wo alles kostenlos ist sie werden nur um freiwillige angebote gefragt überschrift angelo piccone schreiben spende e-bahn der elf fünf null acht sechs drei fünf eins drei null 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 vier drei acht neun fünf vier neun und für das ausland nutzen sie die bank name volksbank odenwald gott wird euch alle segnen amen shalom http www.gesullalocetelmundo.it slash släsch einst und sie das l Zeiten beides gunst und die de slash h t t p doppelpunkt doppel slash www.gesulalozitelmundo.it slash 1-tute-le-foto-gesu-luke-mundo. Give meine E-Mail angelo picone liceata at yahoo.it Telefon angelo picone whatsapp 00491771838057 Gbts Heiloperationen mit digitaler Nadelfernbedienung mit Webcam skype P-Officinier su angelo picone hat skype installiert und mich hinzufügen. Lassen sie uns in Verbindung treten. 2022 mein privater italienischer Garten gute Auflösung. Guten Morgen allerseits. Gott segne uns heute. Ich wollte diesen Film meines Gartens in diesem Jahr, dem 26. Mai 2022, drehen niemals sich selbst aufzugeben, weil Gott denen, die an Gott glauben, durch Jesus immer eine Chance gibt. Und dies ist ein großes Wunder, das Gott denen tut, die wirklich seinem Wort zu seiner Ehre und der Ehre seines Sohnes Jesus Christus folgen, worum ich ihn bitte, ihr niemals aufzugeben. Wenn ihr etwas habt, kniet nieder und betet zu Jesus, indem ihr alles Jesus zu Füßen legt und Jesus wird alles zu unserem. Himmlischen Vater Gott bringen. Liebe und damit möchte ich dem Herrn danken für das, was er in diesen langen Jahren unseres Lebens getan hat Und in unser Haus kommst du nach dem Gebet, Vater, heiliger Gott, der Liebe im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Heute wollen wir kommen dir durch deinen Sohnes Jesus Christus zu seinen Füßen, mit so viel Ehre und Herrlichkeit und Majestät für alles, was du getan hast und was du in diesen Tagen tun wirst, durch alles, was du dir wünschen wirst. Danke, Vater, danke für diesen neuen Tag. Danke für die Liebe. Danke für Ihre Gesundheit und danke für den Wohlstand, Herr, mit Freude und Liebe lege ich alles in die Hände deines Sohnes Jesus Christus, in dem Wissen und der Gewissheit, dass Jesus heute sofort alles zu ihnen transportieren wird. Danke, Vater, im Namen von Christus Jesus, dass sie ihn im ewigen Armen gesegnet haben, alle Gärten, einer nach dem anderen, diese Gärten sind ein wunderbares Tal. Sie sehen, es gibt Reihen von Erbsen, Reihen von X-Sellerie, verstreute Kirschbäume, die viele Obstbäume tragen, Pflaumenbirnenäpfel, dies und die berühmte Hütte, die so oft die anderen Hütten präsentierte Kinderspiel. Hier sind auch die anderen Gärten, ich zeige dir andere Hütten. Denn ein Kirschbaum, seht ihr, der Herr hat mir all diese Eigenschaften gegeben, ein kleines Kind, aber er trägt auch Früchte, alle zur Ehre Gottes, das sind Äpfel, Birnen und eine Kichererbsenkette. An diesem großen und großen Walnussbaum sehen Sie, wie groß und etwa 25 h oder 30 Meter hoch, maximal gibt es Walnüsse, die für alle kostenlos sind und Sie werden auch einige finden, für die Sie diese gepflanzten Städtchen sehen und unterzeichnen, dass Sie gesät sind, Erbsen, Saubohnen, Cicceri, Lacktuche, Kohlspar, Arcello, Brossile, Ciccerche und Sie sollten in ein paar Tagen herauskommen, maximal in der Woche, es wird die neue Produktion geben, so Gott will, weil es geregnet hat, jetzt hatten wir eine große Dürre, jetzt haben wir diese Möglichkeit gegeben, dass der Regen diese Woche und dazwischen geregnet hat, jeder Stock, der dort hingelegt und gesät wird, Sie sehen all diese Stöcke, Sie sehen all die gesäten Löcher, dass etwas herauskommen wird, so Gott will, auch hier haben wir diese Woche eine Buche herausgebracht, dies ist ein Feigenbaum und eine schwarze Feige, sogar so klein, aber in den kommenden Jahren werden Sie tragen Frucht, so Gott will, hier und alles gesät, Sie sehen all diese Stöcke, die diese Woche herauskommen sollen, um zu regnen und den von Gott gesegneten Regen fallen zu lassen, der ein Olivenbaum ist, Ich habe auch Olivenbaum und Kleine, hier stehen die Saubohnen schon gegenüber und bald werde ich auch die Saubohnen essen, das sind Cicceri, dieser Pflaumenbaum und Birnenbaum, ich zeige es Ihnen näher, das sind Birnen, Birnenbaum, Sie sehen, dass die Welle in perfekter Reife ist, und es gibt andere Bäume, andere Gärten, dort zeige ich Pflaumenbaum, Baumzwiebeln, Karotten, diese Blumen, Karotten, wie viele Blumen siehst du, wie viele Zwiebeln, Kartoffeln, diese grüne Fläche, Tomaten, Tomaten, was ich dir zeige, siehst du, ich gebe sie allen als Geschenk, ich entkorke eine, ich zeige Wurzeln aller Qualitäten beim Reifen, hier sehen sie, wie groß es verschiedene Arten von Qualität gibt, rund, lang, weiß, rote Wurzeln, die weiße, wie sie mit größerer Liebe wachsen, wofür ich Gott bitte, dass sie hinausgehen und diesen weißen Feigenbaum, Saubohnen, verschiedene Farben, Feigen, Albarello, einen Kirschbaum, sehen, dass sogar die Früchte dieses Jahr alle Bäume Wellen gebracht haben, die ich vor einigen Jahren gepflanzt habe, zeige ich euch mit näherem, perfekten und gelben Pflaumenbaum und auch Früchten, das ist Pflaumes, wie weiß, sie sind alle in Produktion, Bohnen, alles zur Ehre Gottes, dass es Salate gibt, Kartoffeln, viele werden leider verloren gehen, ich habe eine Flut, eine Flut einfach überall, das sind alle gleich in diesem Bereich, ich werde den Wurzelsamen machen, den sie tun können, aber wenn sie in der Nachbarschaft sind, kommen sie näher, ich kann ihn kostenlos anbieten, hier ist auch was zu langen Kokutzer, um die Nudeln zu machen, die sie die Nudeln im Eintopf machen, hier sind diese alle Seminato, wo all diese Städtchen, Saubohnen, Erbsen, alle Ciceree herauskommen müssen, alle Gesäht kommen sie nächste Woche raus, weil es geregnet hat, sie Ciceree möhren diese nach Kupferkutzer, Kirche Zucchini, Saubohnen, Tomaten, 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 Zwiebel, Saubohnen, 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 Bohnen, auch hier, wo wir im Schatten sitzen, wenn es heiß ist, Bohnen, Zwiebeln, Quellen, die langen Bohnen, dicke Bohnen, dicke Bohnen, lang toller Vater, danke. Dazu auch der wilde Fenchel, fast reife Ackerbohnen, Saubohnen, Saubohnen, hier habe ich wilden Fenchel, dicke Bohnen, hier ich habe dicke Bohnen, dicke Bohnen, dicke Bohnen, Latuche, Kartoffeln, dicke Bohnen, dicke Bohnen, dicke Bohnen, Origono, sogar Origono, ich vermisse nichts, weil ich zum Herrn bete, was ich brauche und er mir alles gibt, er gibt mir meine Kraft, hier, dort Bohnen, Saubohnen, Baum, D.I. Kutunio, dieser Baum von Kutunio, wenn du Marmelade machen musst, ich benutze keine Marmelade, ich gebe sie. Jedem du kannst hierher kommen, um im September Marmelade zu machen, das ist Pflaumenbaum, vom Grande Kupferkuza, Zucchini-Baum von Bruno Kokuzza, Zucchini, X-Sellerie, Petrosino, das sind Äpfel, Apfelbaum, sie werden rot, danke, Herr, er segnet uns, siehst du auch den Kleinen als Last und sehr beladen mit Äpfeln, Herrlichkeit Gottes, Saubohnen, Saubohnen. Dieser große Baum ist ein Pflaumenbaum, den September, solange du siehst, kannst du kommen und essen, du kannst kommen, ich gebe sie dir umsonst, Gott gibt sie mir und ich gebe sie Jesus die Ehre, das Halblicht, wenn die Sonne stark ist, dieser Baum schützt uns vor der Sonne, dies und Chicorée, um die Eingeweide gut und zauber zu halten. Das sind lange Kokuzza, diese Echse sind die Melonen, dann werde ich sie essen, Petrosino und Chilisaubohnenbuche, lange Buche, Saubohnen, Chicorée, großer Kirschbaum, sehen sie, wie großgroßer der Pfirsichbaum, Chicorée, Saubohnen, Kirschen, Kartoffeln, Reifen, Kinderspiel. Dies sind die Pfirsiche, die sie sehen und dieses Jahr habe ich versprochen, uns jede Woche mit dem richtigen Insektizid für alle Insekten zu waschen, jede Woche scheinen sie perfekt zu reifen, in der Hoffnung, dass niemand sie stört oder so. Dieser Baum und Äpfel hier ein Pflaumenbaum, Pflaumenbaum hier das Sammeln von Ehre sei dem Herrn Alleluia Herr, der zum Sturm stürmte Ehre dem Herrn Alleluia Garten Tomaten Birnenbaum Der Herr segnet uns Ehre dem Vater Saubohnen Zucchini Saubohnen Saubohnen Feigenbaum Und siehe schwarze Feige und Feigenfrüchte schon, Tomate, Tomaten, Tomaten, Kartoffeln, Walnüsse, Fenchel sogar, Petersilie hier, Er, wie viele schöne Bäume der Herr uns dieses Jahr gesegnet hat, wird die Dürre sein, die Dürre war. Vielleicht Und dass die Bäume leiden, wenn es zu viel Wasser gibt, dass sie zu viel regnen, sie werden sowieso krank, Wir können nichts sagen, weil es während der Dürre schlimm ist und viel Regen und auch schlimm, aber dass der Herr wird uns in den kommenden Jahren sicherlich noch besser segnen. Dies sind Kirschen der Herrlichkeit Gottes, ich schütze es in diesen Tagen vor der Hitze, Tomate, 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 Zucchini, die lange Kartoffel, Zwiebel, kommt Kartoffeln, Karotten und Kartoffeln, Tomaten, Tomate, Tomate, Sau, Bohnen, Tomaten, Tomate, Tomate, Tomaten, Tomaten, Tomaten. September als geladener Rom Gottesmorgen oder Sonntag muss ich waschen, überall wusch ich jede Woche alle Gärten. Hier ist dieser Pflaumenbaum, auch hier ist eine diese Feige, die schwarze Pflaumenbaum, Pflaumenbaum, Pflaumenbaum geladen und große Kirschen, Äpfel, Kinderspiel. Das sind wunderbare Birnen und sie reifen alle so toll und wenn es welche gibt, kann ich mich zertigen, alle Ehre geht an Gott und Jesus Dorn. Pflaumenbaum, dieser Baum und Pfirsiche, schau dir das an geladen, ich habe auch Trauben. Kirschen, Saubohnen, diese Äpfel, schöne Herrlichkeit Gottes. Brokkoli, Saubohnen, Tomaten. Ich halte den Salbei plus lange Zucchini zu Ruhm und Ehre zum Herrn. Gesegnete uns jetzt, ich möchte beten, um dem Herrn für das zu danken, was er für uns getan hat. Heiliger Vater der Liebe im Namen von Christus Jesus. Jesus, ich möchte ihnen danken und sie mehr segnen, ich möchte sie für alle segnen, was du heute noch für uns alle getan hast. Vater, lasse jeden Kranken geheilt werden. Lass jeden Kranken die Kraft finden, von dir unterstützt zu werden. Vater, danke nochmals. Vater, dass du all jene, die im Koma liegen, aufwecken kannst und ihnen die Möglichkeit gibst, zu heilen und dennoch voller Lebenskraft zu sein. Danke, Vater, für das, was du tust. Wir danken dir, Vater, im Namen von Christus Jesus, dass du ewig gesegnet hast. Was der Herr seinen Kindern gegeben hat, wer zu Gott betet, gibt ihm die Möglichkeit, in der Gnade seines Sohnes Jesus Christus geheiligt und in seiner Gnade getragen zu werden. Es ist mir eine große Freude, Ihnen heute zu sagen, knien Sie in der Gegenwart seines Sohnes Jesus, denn Sie können alles nutzen, was der Herr Ihnen jetzt geben wird. Ich setze mich hin und möchte Ihnen einige globale Informationen geben, die Ihnen helfen könnten. Ich habe eine Website und die heißt und ist berühmt, heißt www.gesullaluzetelmundoid, indem Sie diese Seite eingeben. Sie werden all das Material finden, das Sie brauchen, um sich zu Christus Jesus zu entwickeln, nicht weil diese Seite mir gehört, sondern weil sie vom Geist Gottes und Jesu geleitet wird. Ich bin so sehr ein Instrument in den Händen Gottes und Jesu, damit es mich zum Diener des Ewigen ernannt hat. Wunderbar, ich bin stolz darauf, ein Diener des Ewigen zu sein. Ich sende weitere Informationen, indem Sie meine Website betreten. Sie finden im ersten Link das Foto eines GIF. Das öffnet viele Fotos der Chiropraktik Rheinheim-Darmstadt, unter denen ich persönlich diesen Link leite, und es gibt digitale Chiropraktik, muskulare und geistige Entspannung, Druck auch von Zervikaler Arthrose, Bandscheibenvorfall und jeglicher Art, die, die ein Mann in Schwierigkeiten im Körper und im psychologischen und spirituellen christlichen Geist alles und kostenlos kann mich anrufen oder mir schreiben, was kann ich einen Termin vereinbaren, auch wenn er aus der Ferne kommen kann und ich. ihm helfen werde des HERRN, ihm einige Therapien zu geben, die er braucht, und ich sage, dass es vom allerersten Beginn der Therapie an eine globale Verbesserung gibt, es gibt bereits einen beginnenden Nutzen, und wenn Sie fortfahren, werden Sie Gesundheit finden. Ich habe einige Videos auf die Seite gestellt, um dann verstehen zu können, was ich versuche, in Ihr Gehirn und Ihren Verstand und in Ihr Extrawesen einzufügen. Eine weitere Information, all dies, was ich Ihnen erzähle, ist alles kostenlos. Ein Angebot ist nur am Ende jeder Sitzung des jeweiligen Vorteils erforderlich, Hilfe vom HERRN, um ihm einige Therapien zu geben, die er braucht, und ich sage, dass es bereits vom ersten Beginn der Therapie an eine globale Verbesserung gibt. Es gibt bereits einen Anfang des Nutzens, und wenn Sie weitermachen, werden Sie Gesundheit finden. Ich habe einige Videos auf die Seite gestellt, um dann verstehen zu können, was ich versuche, in Ihr Gehirn und Ihren Verstand und in Ihr Extrawesen einzufügen. Ein Angebot ist nur am Ende jeder Sitzung des jeweiligen Vorteils erforderlich, Hilfe vom HERRN, um ihm einige Therapien zu geben, die er braucht, und ich sage, dass es bereits vom ersten Beginn der Therapie und ich sage, Ich sage,